Wie ist die freundliche Vorstellung? Wie ist die freundliche Vorstellung? Ganz herzlichen Dank, Niklas, für die freundliche Vorstellung. Vielleicht darf ich meinen Dank auch noch ein bisschen ausweiten auf das Kolleg, an dem ich im Sommer Fellow sein durfte, auf die Direktoren, auf den wunderbaren Staff und die Docs und die Postdocs. Und es war schon ein besonderer Sommer, dieser Sommer des Anfangs von einer Sache. Lust des Beginnens hat Brecht mal gedichtet, also die erste Lektüregruppe, Formen, die noch nicht gefunden sind, erste Grillparty. Das war einfach eine ganz wunderbare Monate und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dem gesamten Team des MEX für diese Möglichkeit, hier in Lüneburg sein zu können. Speziell für heute Abend wollte ich ganz herzlich für die zahlreichen anregenden Gespräche vor allem Niklas danken, der die Frage nach der Gaia ja so allererst ins MEX eingeführt hat, aber auch bei Isabel Schrickel und Florian Schreiner, die mir viele Anregungen gegeben haben. Gut. Sehr geehrte Damen und Herren, Gestatten Sie mir mit einer Parole zu beginnen. When species meet. Drei Worte in einem Nebensatz ohne Hauptsatz, nur der Anfang eines ganzen Satzes. Grammatikalisch die Eröffnung einer Bühne, meet, zusammentreffen, sich treffen, zusammenrotten oder begegnen. Aber was sollen Philosophien der Begegnung unter hochtechnischen Bedingungen, wo es nur heißt, when species meet technology, im Zeichen etwa der Computersimulation. Aber Species sind Species. Genauer gesagt gehören sie fünf Reichen an. Tiere, Pflanzen, Pilze, Protozoa und Bakterien. Man kann sich also von allem Anfang an unseren Wirbeltierfetischismus abschminken, dem vielleicht auch Donna Haraway manchmal verfällt, wenn sie unter dem Titel When Species meet, hauptsächlich von ihrer Hündin Cayenne erzählt. Magulis Schwarz widmen den Wirbeltieren ganze zwei von über 300 Seiten, nämlich genauer gesagt dem Salamander und dem Schwan. Aber was passiert, wenn Species meet, die Reiche weit von uns entfernt sind? Betrifft es noch die überaus brennende Frage nach Physis und Technik? Oder hat sie sie gar mit einbegriffen? Weil Technologie eben eine Weise ist, in der eine Specie, nämlich die geschichtlich existierende Spezies, anderen Spezies begegnet. Ich möchte heute Abend einige allererste sehr tastende Versuche in die Rekonstruktion eines besonderen Falls von When Species meet Unternehmen, James Lovelock und Gaia. Und ich sage gleich, dass ich Bruno Latour's Clifford Lectures leider noch nicht kenne. When Species meet, scheint mir nämlich auch eine epistemologisch brisante Frage jeder Biologie, jeder Theorie biologischen Wissens und jeder Naturphilosophie. Die Frage also, wo findet die erste Begegnung des Wolfsforschers mit dem Wolf, des Milieuforschers mit der Kröte, Lamarx mit der Schnecke, des Protozoologen mit dem Augentierchen, des mikrobiellen Ökologen mit dem Schwefelbakterium Bekiatoa statt? Im Fall Lavlocks ist die Begegnung mit seiner Spezies merkwürdig verschoben. Denn dieses Lebewesen soll alle nur möglichen Spezies umfassen und auf den Namen einer griechischen Göttin hören. Das erste Treffen beginnt nicht wie so oft im Freien, sondern in geschlossenen Räumen und nicht mit Lebewesen, sondern mit Gasen. Es findet außerdem medienteoretisch ganz klassisch im Medium eines Instruments statt. Seit 1948 und dem Ph.D. in Medizin arbeitet James Lovelock am National Institute for Medical Research im Norden Londons. Dort untersucht er die Gründe dafür, sich zu erkälten. Catching a cold. Also Temperatur, Feuchtigkeit, Luftbewegung. Er konstruiert zwei Windmesser, Annemometer, um in geschlossenen Räumen Luftzüge zu messen. Lovelock ist ein großer Bastler, das betont er an jeder Ecke, Der eine Windmesser arbeitet mit der Verzerrung von Schallwellen durch Luftzüge, der andere mit der Ablenkung eines Ionenstroms in der Luft. Die Geräte dafür besorgt er sich aus Kriegsbeständen. Und das Problem beim Ionengerät ist, es ist so äußerst sensibel auf Zigarettenrauch wie ein entwöhnter Raucher. Ob Lovelock selber Raucher war, habe ich mir lange noch nicht rausbekommen. Das ist für einen Gaskämiker nicht unwichtig. Sofort probiert aber Lovelock alle möglichen Gase durch und findet, dass auch bestimmte Kohlewasserstoffe das Gerät außer Rand und Band geraten lassen. Für die medizinische Zellforschung wendet er dann den Nachteil dieser Hypersensibilität des Anemometers in einen Vorteil um. Er beginnt, mit ionisierten Gasen zu arbeiten, ohne zunächst überhaupt zu verstehen, was da passiert. Im Zuge der Erforschung seines Geräts entsteht dann innerhalb von zehn Jahren der berühmte Electron Capture Detector, der Elektronenfangdetektor, dessen Patent Sie hier sehen. Es handelt sich dabei um den Umbau eines traditionellen Gaschromatographen. In solchen Chromatographen werden auf ein Trägergas zu untersuchende Gemische aufgespielt, sozusagen. Da die Stoffe unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, kommen sie am Ende des Chromatographen für unterschiedliche Zeiten an. Lovelock ist Elektronenfänger aber, koppelt das mit einem Ionenstrom, also einem Strom von Elektronen. Verschiedene Stoffe fangen diese Elektronen in verschiedenem Ausmaß ein. Und so kann man jetzt die Veränderung nicht im Gasstrom, sondern im Strom der freien Elektronen messen. Und das genau ermöglicht eine unglaublich um das tausendfach erhöhte Sensibilität des Geräts gegenüber dem traditionellen Gaschromatographen. Denn es wird eben Elektrizität gemessen. Die Impacts dieses Instruments sind zum einen, dass überhaupt freie Elektronen in der Biochemie eine Rolle spielen. Das ist eine Erkenntnis. Denn sonst sind alle Reduktions- und Oxidationsreaktionen in der Biochemie solche, die von irgendwo her kommen müssen. Und darum kann man die Retoxpotenziale von Stoffen überhaupt auflisten und mit ihnen operieren. Der zweite Impact des Instruments, ist, dass damit die Säuren eines zentralen Stoffwechselweges der Atmung zum ersten Mal messbar werden, das die Atmung vorbereiteten Tendenzitratzyklus. Der dritte Impact aber ist, dass mit dem Elektronenfänger Gifte nachweisbar werden. Und zwar solche Kohlenwasserstoffe, die mit einem Halogen-Atomflur oder Chlor versehen sind. Das Gerät nun ist so fein, dass, Zitat, wenn eine Weinflasche mit flüssigem Flurkohlenwasserstoff irgendwo in Japan auf eine Decke ausgeschüttet und an der Luft getrocknet wird, das verdampfte Produkt in ein paar Wochen hier in Devonshire nachweisbar ist und in zwei Jahren überall in der Welt. Damit also beginnt im Medium des Elektronenfängers ein erstes Medium, sich zu zeigen, nämlich die Gase. In diesem Medium findet hier der Austausch von Elektronen statt. Sie lassen schließlich eine globale Atmosphäre aus Gasen erscheinen. Das heißt, in Lavlocks Worten, ein Fluid-Medium als Transfer-Medium. Also Atmosphäre als ein sehr bewegliches Medium, in dem alles sehr schnell geht, anders als in der Erde etwa oder im Wasser. Weil sie so beweglich oder flüssig ist, darum ist die Atmosphäre ein Medium. Isabelle kann darüber sicher Abende philosophieren als Meteorologin. Aber dieses Medium der Luft ist deswegen so beweglich, weil es so beweglich ist, außerdem in Grenzen homogen und darum global. Von Japan bis nach England und dann überall. Und dieses Medium ist zunächst passiv. Im Sinne etwa, wie man in der Biologie von passiver Bestäubung spricht, wenn der Wind und nicht Insekten eine Pflanze bestäuben. Die Atmosphäre als Transport-Medium, das ist nun ein fundamentaler Ausgangspunkt und wird im Rückblick eine lange Tradition gehabt haben. Vor allem zum großen Anhörn der Bio-Geochemie, Wladimir Ivanovich-Wernatzki. Dieser sowjetische Wissenschaftsorganisator betrachtet die gesamte Biosphäre als Transportfrage. Und die Noosphäre, das heißt also Technik und Wissenschaft, fügt sich da nur als eine weitere Stufe der Eskalation ein. Flugzeuge transportieren eben auch Bakterien und nicht nur zahlende Passagiere. Darum ist die Geschichte als wissenschaftliche Technik nach Wernatzki eine geologische Macht, die er zuerst auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs gesehen hat und dann in den Braunkohletagebaugebieten Kanadas. Doch es gibt noch drei naheliegendere Wirkungen des Elektronenfängers. Erstens nämlich ermöglicht der Elektronenfänger ein berühmtes Buch. Rachel Carsons Der stumme Frühling von 1962 über die weltweite Verbreitung von Pflanzengiften. Das Buch wird oft und auch von Lavlock als der Beginn jeder Ökologiebewegung, also der Ökologiebewegung des 20. Jahrhunderts verstanden. Zweitens, Lavlock meldet ein Patent an. Das ist nicht nur zu Lavlock der Reisepass, um ständig die Grenzen einzelner Wissenschaften transdisziplinär avant la lettre zu überschreiten, sondern trotz einiger finanzieller Ungeschicklichkeiten ermöglichen ihm die Patenteinkünfte auch, ein Leben lang als unabhängiger Wissenschaftler in Kombi-Mill Devonshire mit eigenem privaten Labor zu arbeiten. Und 1997 wird ihm das Gerät sogar einen Preis einbringen, einen Blue Planet Preis. Drittens aber fängt der Elektronenfänger ihm im Sommer 1961 einen Brief ein von der NASA. Bitte kommen Sie ans Jet Propulsion Lab in Pasadena und haben Sie Teil an der Ausstattung unserer Mars-Sonden mit Messgeräten. Er hätte sich so Lavlock vor allem als passionierter Leser von Science-Fiction-Romanen schnell entschlossen, alle Sicherheiten und britischen Karrieren aufzugeben und nach Amerika zu gehen und dann als unabhängiger Wissenschaftler wieder nach Devonshire zurückzuqueren. Lieblingsautoren Lovelock sind Jules Verne und Olaf Stapleton. Gottfried Schnödl hat jüngst nahegelegt, dass vielleicht auch Stanislaw Lembs Solaris mit im Spiel sein könnte, das nicht zufällig genau 1961 erscheint. von der Tatsache, dass Lavlock just am Ende 1984 einen eigenen Science-Fiction schreibt mit dem Titel Greening Mars zusammen mit einem Journalisten hier erstmal kein Wort. Es ist also, so möchte ich meinen ersten Teil beschließen, epistemologisch entscheidend, dass das Leitmedium Gaias die Atmosphäre ist. Das Gesicht unseres Planeten, wie Lavlock später einmal sagen wird. Es bestimmt Gaia als Wissensfrau. Bleibt freilich die zweite prinzipielle Frage, wo und wie trifft ein Gaskämiker auf Lebewesen? Das geschieht nicht im Blick zurück auf das zauberhafte Bild der Welt von außen auf den fleckigen Saphir, sondern innerhalb eines speziellen Diskurses, der da heißt Life Detection. Also Life Detection auf jenen beiden Planeten, die Kontrastfolie für sämtliche Reden über Gaia sind, Mars und Venus. Sie wissen, die erste Venus Expedition im Februar 1961, also aller Grund, sich möglichst viel Brain aus der ganzen Welt zu holen für die Amerikaner. Dann die Sowjetunion hatte schon im Oktober 60. erste gescheiterte Mars Mars-Sonde gestartet und die Amerikaner kommen glaube ich erst in den 70er Jahren wirklich ins Spiel. Life Detection. Das heißt zunächst radikale Befremdung in der Begegnung der Arten. Noch 1970 beginnt das vielleicht berühmteste Biologiebuch des 20. Jahrhunderts Jacques Monod's Zufall und Notwendigkeit mit einem Raumschiff vom Mars, das in den Wäldern von Barbizon landet und dessen Ingenieure eine Art Turing-Test auf Leben nicht Leben veranstalten. Diese Ingenieure gehören natürlich selbst einer fremden Art an. Lavlocks erstes Gaia-Buch aber rückt 20 Jahre später die Befremdung als solche einmal ins plötzliche Gegenteil. In eine sozusagen terrestrische Übernähe. Es gäbe nämlich dies seit aller NASA-Programme ein sehr schnelles und effektives Life Recognition Program. Aus Überlebensgründen hätten sowohl wir als auch unsere Fellow Creatures in den Animal World die instinktive Fähigkeit zu erkennen, was essbar, todbringend, freundlich, angriffslustig möglicher Partner ist. Und was nicht. Warum, fragt sich Lavlock, vergessen wir das, sobald wir im Rahmen von Life Detection bewusst über die Definition des Lebens nachdenken? Das kommt daher, weil es 1961 nicht um die Lebewesen geht und ihr sich erkennen, sondern um ein Singular Life. Darüber gibt es seit Schrödingers What is Life einen physikalischen Diskurs, der in der NASA heimischer ist als Verhaltensbiologie. Es gäbe, so Lavlock in einer Arbeit, die unmittelbar vor dem legendären Nachmittag im September 1965 in Pasadena erscheint, jenem Nachmittag, als Gaia über ihn kam, Just like a Flash of Enlightenment. Es gäbe also auf Schrödingers Frage zwei prinzipiell mögliche Antworten. Erstens phänomenologische Antworten. Wenn ein System aus Wasserstoff, Stickstoff, Kohlendioxid unter Einfluss von Sonnenlicht Aminosäuren herstellt, dann kann dieses System nicht anorganisch sein. Es ist auch schwer, zum Beispiel die Bewegung eines Lachses, der Strom aufwärts schwimmt, physikalisch als anorganischen Zufallsprozess zu begreifen. Derart sind die phänomenologischen Antworten. Zweitens aber gibt es physikalische. Etwa die. Leben ist Teil einer Klasse von Phänomenen, die offene oder kontinuierliche Reaktionssysteme sind, fähig, ihre Entropie zu senken, auf Kosten von Substanzen oder von Energie, die sie aus ihrer Umgebung entnehmen und dann abgebaut in degraded Form wieder ausstoßen. Nur das tun eben auch Strudel und Wirbel in Gasen und Wasser. Allerdings sind die sehr flüchtig und Leben ist persistent. Es hat gegen Prigogins dissipative Strukturen gesprochen, seinen Anhalt in den festen Teilen der Umgebung, the soul leads of the environment. So wie die Luft erst zwischen den festen Wänden einer Flöte zum Schwingen kommt. Laulock bringt die DNA als Fixpunkt ins Spiel. Der Chemiker schlägt dann zwei praktikable raumfahrtaugliche Kriterien vor, aus denen sich auch Experimente und Geräte gewinnen lassen. Erstens, Leben heißt allgegenwart intensiver Geordnetheit. Zweitens, es heißt chemisch Abweichung vom Gleichgewicht vom Inorganic Steady State Equilibrium of Chemical Potential, also dem anorganischen Gleichgewichtsschulstand des chemischen Potenzials. Dort also, wo keine unterschiedlichen Redox-Potenziale und damit kein Austausch von Elektronen stattfindet. Leben ist Ungleichgewicht. Von den Experimenten, die er dann der NASA vorschlägt, seien nur zwei genannt, eins unternimmt in einem quasi Pythagoreischen Wolte, auf fremde Planeten zu hören, denn schon ein einfaches Mikrofon auf planetarischen Sonden könnte geordnete Sequenzen von Sound hören, deren Gegenwart ein starker Hinweis auf Leben wäre. Ein anderes Experiment schlägt einen optischen Suchapparat vor, der darauf programmiert ist, Objekte mit nicht zufälliger Bewegung zu erkennen, also metastabile Gleichgewichte. Das wichtigste aber und die zukunftsträchtige Quintessenz der Lavlock'schen Arbeit für die NASA ist die Erkennung chemischer Ungleichgewichte. Schon die Analyse der Atmosphäre nämlich von Planeten könnte solche Ungleichgewichte zeigen und damit eben einen starken Hinweis auf Leben geben. Ist die Atmosphäre im Gleichgewichtszustand, etwa CO2 mit einigen Spuren von Sauerstoff und anderen Gasen, dann dürfte mit Sicherheit geschlossen werden, dass aber man man sucht wenn Species meet eben keinen Fisch in der Wüste und Marsmenschen in der Arktis hätten eine seltsame Ansicht von der Belebtheit des Planeten. Die Atmosphäre dagegen ist ganzheitlich, holistisch, Top-Down-Analyse nennt Lavlock das sehr wörtlich und bemerkt suffisant, dass sämtliche seiner Voraussagen im Grunde Mars-Expeditionen zur Frage Live-Detection überflüssig gemacht haben. Bleibt die Frage, welche chemischen Ungleichgewichte, wie sind sie definiert? Irgendwann zwischen dem Brief von 1961 und dem September-Nachmittag 1965 der ersten Veröffentlichung von 67 und der öffentlichen Taufe Gaias 1972 in der Zeitschrift Atmospheric Environment entwickelt sich aus der planetarischen Atmosphären Analyse Gaia. Ihr Erwachen, wie Lavlock oft schreibt, hat eine chemische Urszene. Und eine solche Szene ist eine etwas anderes, als man vielleicht sonst in der kulturwissenschaftlichen Medienwissenschaft gewöhnt ist. Sie besteht nämlich aus zwei Elementen. Und wenn Sie bei O2 O2 hören, haben Sie ganz recht, die Werbeabteilung von O2 weist ausdrücklich darauf hin, dass die Tiefstellung der Zahl auf den Sauerstoff hinweist. Kohlenstoff Kohlenstoff deswegen so beliebt, sage ich jetzt mal, weil er vier Valenzelektronen hat und sich auf diese Weise eben perfekt mit sich selbst verbindet und die berühmten Ketten bildet. Ein Gas des Kohlenstoffs ist Methan, bei dem an jeder jeden der vier Valenzelektronen ein Wasserstoffatom hängt und mit ihm eine Einfachbindung bildet. Diese beiden Gase, O2, Sauerstoff und Methan, when gas is meat, verweilen nicht lang zusammen in der Atmosphäre. Methan unter UV-Licht zersetzt sich sofort in Radikale, in einzelne H-Atome, die sich entweder mit dem Sauerstoff zu H2O verbinden oder der Kohlenstoff mit dem Sauerstoff zu CO2 und so und so weiter. Nun gibt es aber trotz dieser Reaktionsfreudigkeit dieser zwei Gase 10 hoch 35 mal mehr Methan in der aktuellen Atmosphäre als nach dieser Reaktionsgleichung die Erde haben müsste. Die Erde mit ihrem 21 Prozent Sauerstoff. Es gibt also ein eklatantes extremes Ungleichgewicht. Zweitens die Folgerung daraus, es muss also eine aktive Quelle geben, die ständig Methan nachliefert. Drittens, wenn nun aber die Umgebungsbedingungen sich ändern, etwa die Sonneneinstrahlung sich erhöht oder Meteoriten einschlagen und trotzdem die Zusammensetzung der Atmosphäre konstant bleibt, so muss man annehmen, dass diese Quelle nicht nur aktiv Methan und Sauerstoff nachliefert, sondern auf einen ganz bestimmten Wert reguliert, einen ganz bestimmten Wert des Ungleichgewichts, ein bestimmtes Mengenverhältnis von Methan und Sauerstoff. Aus dieser einfachen Uhrszene, über die man natürlich viel sagen kann, holt Lavlock nun das, was er seinen Feedback Mechanismus nennt, den er als kybernetisch anspricht. Das Kapitel mit dem schlichten Titel Kybernetik in Lavlocks ersten Buch beschreibt das schön von der Feedback Regulierung des Herdes durch die Groß Oma bis zum Thermostat die Rolle der Abweichung Trennung von Information und geregelter Kraft Signal Verstärkung und Übertragung bis zum Entwurf eines ganzen Maschinen Dispositivs der Regelung aus Speichern Abrufen Vergleichen und Korrigieren Auch wenn bezeichneterweise die Frage nach dem Speicher in Lavlocks Atmosphären Chemie dann nicht mehr auftaucht Es würde die Sache in der Tat sehr verkomplizieren etwa die DNA als biologischen Speicher par excellence in Lavlocks Kreisläufe einzuführen die gerade nicht die Genetik als Ausgangspunkt nehmen Lavlocks ganzer Ehrgeiz in den 70er Jahren wird es sein die Chemie der Atmosphäre an die Kybernetik anzuschließen und das heißt an eine Überwissenschaft die und das wissen Sie hier in Lüneburg besser als ich keine Einheit ist und das gerade in der Biologie nicht Gestatten Sie mir einen kleinen Exkurs 1961 als Lavlock seine neue Existenz beginnt ist auch das Jahr in dem Jacob Monod entscheidende Arbeit über das Operon Modell erscheint Es begründet eine molekulare Kybernetik Gensequenzen schalten andere Gensequenzen ein und aus und regulieren sie damit 1965 also genau in dem Jahr in dem Lavlock seine Gaia Erleuchtung hat bekommen Monod und Jacob sehr viel realistischer den Nobelpreis für das Operon Das klassische Dispositiv als zweite Variante biologischer Kybernetik ist freilich das Physiologische also von der Temperaturregelung bis zur neurologischen Steuerung Gründe warum Lavlock immer wieder das physiologische Modell bemüht bis hin zur Gründung einer Geophysiologie dürften genau darin liegen Die Physiologie ist eben die Leitwissenschaft für Kybernetik in der Biologie und das heißt neben oder gegen die molekulare und die physiologische Kybernetik versucht Lavlock eine andere eine dritte Kybernetik in die Biologie einzuführen und sie braucht darum schon aus propagandistischen Gründen einen Namen und heißt darum Gaia aus der von ihm gesuchten gewünschten visionierten Presence of a Control System in der Atmosphäre in der Biosphäre holt Lavlock auch jenen Zug zur Subjektivierung Gaias weil sie eben ein aktives Kontrollsystem ist handelt Gaia und das mündet 1979 zunächst nicht in einer Göttin sondern in einer Ballerina von so schreibt er von einem ordnungsgemäß funktionierten Steuersystem geht eine besondere Anziehungskraft aus also etwa von der scheinbar mühelosen Muskelbeherrschung der Tänzerin diese Subjektivierung Tendenz kulminiert aber dann am Ende des ersten Gaia Buchs in einer Art kybernetische Subjekt Fata Morgana in einem Spiegelstadium von Lacan'sche Ironie ich zitiere noch wichtiger ist dass die Entwicklung des Homo Sapiens mit seinem technischen Erfindungsreichtum und seinem unglaublich komplizierten Kommunikationsnetzwerk Gaias Wahrnehmungsbereich unglaublich vergrößert hat durch uns ist sie erwacht und sich ihrer selbstbewusst geworden sie hat den Widerschein ihres schönen Gesichts durch die Augen der Astronauten und der Fernsehkameras in den kreisenden Raumschiffen erblickt sie muss unser erstaunen und vergnügen unsere Fähigkeit zu denken und zu spekulieren und unsere rastlose Neugier mit uns teilen das heißt die Wissenschaft von Gaia ist selbst Teil von ihr als ihr Spiegel und auch die Simulationen Gaias wie Daisy World sind Teil von ihr als Spiegel und am Ende würde sich hier eine lange Tradition spekulärer Weltverhältnisse auftun wie sie zum Beispiel in der Mystik möglich ist Meine epistemologische oder medienteoretische Frage aber wäre anders nämlich die ob die Fata Morgana kybernetischer Subjektivität nicht eine andere Grundlage hat nämlich die Subjektivität der Einzeller die kybernetische und die Einzellersubjektivität das ist es was schließlich in Lablogs Computersimulation eingehen wird Zunächst muss ich Ihnen aber noch eine kleine Vermutung mitteilen Die Vermutung nämlich dass Gaia auch einen gewissermaßen sterblichen Namen hat nämlich den lettischen Familiennamen Margulis Lovelock und die große Bakteriologin Lynn Margulis die bis Anfang der 70er mit dem legendären Marsforscher Carl Sagan verheiratet ist treffen sich zum ersten Mal 1968 und lernen sich zwei Jahre später näher kennen seit 1974 arbeiten und schreiben sie immer wieder zusammen Magulis sei es gewesen die so Lovelock dem Knochengerüst seiner Chemie zur Auferstehung im Fleisch geholfen habe denn James Lovelock hat von der Biologie der Einzeller keinen blassen Schimmer sie aber macht erst die Musik in allen kybernetischen Modellen die Einzeller sind die Positivität die sich in die Hohlform des chemischen Ungleichgewichts und die kybernetischen Feedback Modelle eintragen und eben darum ist Lynn Magulis die erste Adresse Lovelocks auf allen seinen USA Reisen Lovelock wird ein Freund der Familie und irgendwann in den frühen 70ern muss Magulis ihn auf dem Logan Airport in Boston dezent darauf hinweisen dass sie wissenschaftliche Kollegen sind it is rare for close scientific collaborations to evolve into romances die zwei Persönlichkeiten sollte man nicht zu schnell vermischen also Magulis vier Kinder aus zwei Ehen ein riesiges Institut unterrichtet man fängt Gäste oft begeistert mit neuesten Entdeckungen etwa dass sie eine Schlange gefunden hat die Photosynthese treibt kurzum Lynn and I were strange opposites to be so closely connected by Gaia Lynn was at her best in the center of a group of good students giving and taking I was at my best alone and thinking und das reicht glaube ich tief in die Theorie Magulis ist die Theoretikern der inzwischen allgemein der Biologie eingedrungenen Endosymbiosentheorie Am Ende aber dieser Begegnung wird ein Medium Atmosphäre stehen das nicht nur ein Transportmedium ist sondern zugleich und ganz im Sinne der Mikrobiologie ein Nährmedium Wo aber ist das systematische Ort an dem das Wimmeln der Einzeller in Lavlocks Denken auftaucht Dieser Ort liegt am Übergang zweier Diskurse nämlich des Diskurses von Life Detection zu Origin of Life Beide Diskurse verhalten sich wie Rector und Verso zueinander Der eine Befremdung im Raum der andere Befremdung in der Zeit In Zeiten also von vor 2500 Millionen Jahren vor unserer Zeit dem Phanerozoikum und vor dem Proterozoikum Also das Nachdenken über die Einzeller beginnt nicht von ungefähr in Zeiten vor den Vielzellern dem Achaikum stellt sich die erste Frage Wie wissen wir vom Achaikum also Zeiten von vor 2500 Millionen Jahren Die schlichte Antwort Signale von anderen Sternen etwa ihr Licht unterliegen dem Gesetz der Entropie Rauschen schwächt sie auf ihren Weg durch den Weltraum ab Das wissen wir Solarblog aus der Informationstheorie Dagegen bleiben die Signale aus der Vorzeit gleich stark Photosynthetische Bakterien die vor 3500 Millionen Jahren entstanden reproduzieren sich auf annähernd gleiche Weise noch heute Da haben wir ein Rektor das die Entropie sowohl bei dem Blick auf fremde Planeten als auch bei dem Blick ins Archaikum eine spezielle Rolle spielt Erst in der Beschreibung des Archaikums werden also die Einzeller sichtbar Beginn des Beginns sind Bedingungen also etwa Stoffe die da sind aber noch lange nicht Origin of Life ausmachen Temperaturen zwischen 0 und 50 Grad die Sonne 25 Prozent kälter als heute also kombiniert man der CO2 Gehalt der Archaikums Atmosphäre muss höher gewesen sein denn wo zwei oder mehr Atome zum Molekül sich vereinigen haben sie die Eigenschaft Infrarot Strahlen also Wärme zu absorbieren und damit wirkt CO2 als Decke heute bekannt als Treibhauseffekt der ganz im Unterschied zu unserer heutigen Lage im Archaikum überhaupt die Bedingung war dass sich Leben Lebewesen bilden konnten Hauptbedingung aber ist eine reduzierende Atmosphäre in der vor allem Wasserstoff sich befindet Wasserstoff überwiegt aller Sauerstoff etwa der aus CO2 durch Bindung des Kohlenstoffs frei wird verbindet sich sofort mit den Wasserstoffatomen und darum gibt es kaum freien Sauerstoff in der Atmosphäre und diese Hypothese ist keineswegs in den Anfang der 70er Jahren allgemein so nimmt etwa die ganze Reflexion über das Ozon also O3 an O3 Ozon als Schutz gegen die ultraviolette Strahlung und Ermöglichung von Lebensbedingungen nimmt an dass es in der reichen Atmosphäre ebenso viel Schauertoff gegeben hat dass sich drei Sauerstoff Moleküle finden können was dann aber die ganze Entwicklung in Gang setzt ist ein Engpass an Wasserstoff der Wasserstoff wird überall gebunden er verlässt außerdem die Atmosphäre die Erdanziehung ist zu schwach und so entsteht die erste Krise es gibt nicht mehr genügend Wasserstoff freien Wasserstoff sondern aber mehr als im Überfluss gebundenen Wasserstoff nämlich gebunden als Wasser H2O und H2S und an genau diesem Punkt ich erzähle jetzt quasi in Slapstick Form die frühe Erdgeschichte kommt Evolution ins Spiel es entwickelt sich im freien horizontalen Austausch der Gene Horizontal Gene Transfer Bakterien die Energie des Sonnenlichts ausnützen und Wassermoleküle knacken die Cyanobakterien sind die erste Specie die das realisieren was man die Grundgleichung des Lebens genannt hat ver dicen auch hinge wie 密 sind mit haben sch Diese Bakterien produzieren also Sauerstoff. Und sie verbrauchen jenes CO2, das die Temperatur der Biosphäre aufrechterhält. Effekt, die Erde kühlt sich ab. Nur das CO2 der Vulkane reicht nicht aus. Leben wird zu einer lokalen, ephemeren Erscheinung. Es wäre, so Lavlock, immer dann aufgetaucht, wenn die Vulkane ausreichend Kohlendioxid ausgespuckt hätten und wäre dann wieder verschwunden. An genau dieser Stelle, so Lavlock, erwacht zum ersten Mal Gaia. Genauer gesagt, es erwacht eine bestimmte Bakteriengruppe. Ja, sogar, wie manche sagen, ein Reich. Das Reich der Methanokreatrices oder schlicht Methanogenen. Sie leben, Sie erinnern sich, Methan. Die Methanogenen leben von den Nebenprodukten der Cyanobakterien, vor allem aber von den Cyanobakterien selbst. Also den Aminosäuren und Glukosen, aus denen Zellwände und Zellsubstanzen dieser Bakterien bestehen. Lavlock spricht die Methanogenen als Arsfresser an. Sie leben nicht vom Licht, sondern heterotroph, nähern sich also von anderen. Aber nicht im Kreislauf der Verbrennung, also mit Sauerstoff, sondern strikt sauerstofffrei. Sie sind anaerobe, gärende Bakterien. Und außer dem Aufbau ihrer eigenen Zellen produzieren sie dabei vor allem eben Methan, CH4 und geringere Mengen Kohlendioxid-CO2. Da nun aber, so Lavlocks These, CH4-Methan in gleicher Weise als Treibhausgas wirkt wie Kohlendioxid, es absorbiert, es absorbiert die langweiligen Infrarotstrahlen, entsteht auf diese Weise eine Schicht der Atmosphäre, die sogenannte Tropopause, die eine ähnliche Wirkung hat wie die Wärmedecke des Treibhausgases Kohlendioxid. Mit Methanogenen, Methan produzierenden Bakterien und Cyanobakterien, die Sauerstoff produzieren, wären nun also die von mir zunächst einfach als Quelle postulierte und von Lavlock auch als Quelle postulierte der Ursprung dieser entscheidenden Moleküle gefunden. Lavlock behauptet, es hätte im Archaikum ein vollständiges planetares System gegeben. Und dieses planetare System besteht eben aus diesen zwei Bakterien, zwei Agenten und ihrem Zusammenspiel, ihren Syntrophien, ihren Co-Cultures, Shared Metabolisms oder Cross-Feedings. Und genau das hält eine bestimmte Temperatur auf und kommt bei Lavlock dann eben als Feedback an. Es ist außerdem, und da fängt jetzt mein, zu guter Letzt mein Nachdenken über die Computersimulation an, Lavlock bezieht, dass ausdrücklich die beiden Einzellertypen, diese beiden Bakterien, auf sein Modell, das Spiel, in dem statt Einzellern Gänseblümchen stehen. Die Methanogenen als Dunklen, die Cyanobakterien als helle Gänseblümchen einer fiktiven Computerwelt. Was mich daran nun interessiert, ist zweierlei. Noch eine Viertelstunde. Erstens, wie aus der gerade sehr oberflächlich angedeuteten Interaktion von Mikroorganismen jene Computersimulation namens Daisy World wird, die Lavlock seit Anfang der 80er und dann verstärkt seit genau 1988 entwickelt. Lavlock, der Bastler, ist begeisterter Prophet des PC-Zeitalters. Er kauft für teures Geld von der Firma Hewlett & Packard, die auch den Elektronenempfänger vermarktet, einen der ersten PCs und lernt dessen Programmiersprache, den Algol-Dialekt HPL. Das ermöglicht direkte Interaktion mit der Maschine statt Timesharing in Mainframe-Systemen, wie das meistens institutionalisierte Wissenschaftler tun. Lavlock also wird zu einem jener Hacker, die Stephen Levy so schön beschrieben hat. Sie wollen die ganze Maschine, direkt und jetzt. Having a personal computer on my desk enabled me to interact directly with my problems. Also nicht nur mit der Maschine, sondern auch mit biologischen Fragen, die nicht auf der Hand liegen, sondern eben in der Atmosphäre. Das ist der erste Ursprung. Das zweite sind Kritiken der Gaia-Theorie, die vor allem seit 1979 nicht abreisen. Der erste ist Richard Dawkins. Der Vorwurf lautet meistens, Gaia sei ein teleologisches Konzept. Und Daisy World nun soll beweisen, dass Gaia gänzlich unteleologisch funktioniert. Und das geht nur um den Preis der Modellbildung. Also unter Aufgabe aller eben mühsam und passioniert erworbenen mikrobiologischen Konkreptionen und Kenntnisse. Wo Maguilis in Einzellern, Wesen alias Agenten denkt, da denkt der Kybernetiker eben in Modellen. Daisy World ist nicht das erste Planetenmodell, aber Gaia provides a different set of rules for planet models. Lavlock entwirft diese Regeln zunächst in expliziter Abgrenzung zu den seit den 20er Jahren ausgearbeiteten Modellen der darwinistischen Populationsforschung. Bei Lotka und Volterra etwa treffen sich zwei Species, Füchse und Kaninchen. Aber wo treffen sie sich? In einer unbegrenzten und unbeteiligten Umgebung. The environment was taken as infinite and neutral. Lavlocks Daisy World also macht den Schritt, als erstes planetarisches Modell die Umgebung mit in die Rechnung einzubeziehen. Ja, sie ist der Kern der Geschichte. Die Umgebung zum Beispiel als Temperatur. Das läuft dann, ich kann das nicht jetzt ganz beschreiben, ungefähr so. Es gibt zwei Gänseblümchen, zunächst mit zwei Farben, nämlich hell und dunkel. Als dann die ersten Kritiken kommen, baut er auch noch graue Gänseblümchen ein. Es galt einer Welt von bunten Blumenkindern eine Schar dezent gekleideter Repräsentanten aus dem mittleren Gänseblümchen-Management beizugesellen. Das Ganze folgt eben doch irgendwie historisch und systematisch Flower Power, bevor es Grafik auf dem Bildschirm gibt, also 70er Jahre. Und sofort kommt mit diesen zwei Gänseblümchen, hell und dunkel, ein wichtiger Zug der Computersimulation zum Tragen. Die Anzahl der Variablen lässt sich nämlich in Grenzen der Hardware versteht sich beliebig verändern. Er baut also schnell auch Daisy Worlds mit 20 und mehr verschiedenen Species, sprich Farben. Was passiert, der Gimmick ist, dass er nicht nur eine, dass er eben zwei konkurrierende Arten einführt oder mehrere konkurrierende Arten, die sich verschieden entwickeln, wenn die einen mehr werden und weil die Erde sich abkühlt, da die weißen Gänseblümchen eben die Sonnenstrahlung abweisen und die dunklen Gänseblümchen die Sonnenstrahlung aufnehmen. So ist also, wenn die Temperatur sinkt, die Chance für die dunklen Gänseblümchen höher als für die hellen. Wenn die Temperatur der Sonne, also extern steigt, ist die Chance der hellen Gänseblümchen größer als die der dunklen. Und das Ganze bewegt sich, also ist in einem Temperaturrahmen von etwa 5 bis 40 Grad, weil ab 40 Grad ist kein Wachstum der Blümchen und unter 5 Grad auch nicht. Das Wichtige ist, dass die einzelnen Species von Gänseblümchen ihre eigene Umgebung, sprich ihre Temperatur regulieren. Und sie als solche dann auch verschieden verhalten. Mit Daisy World, und das ist schon mein kurzer, Ende meines kurzen Exkurses dazu, sei Gaia von einer Hypothese zu einer Theorie geworden. Daisy World macht Gaia zu einer Theorie. Also wird Gaia erforschbar und spielbar. Ein Mathematikprofessor vom King's College in London analysiert 1994 die Mathematik von Daisy World. Die Biologen dagegen halten es für ein bloßes Computerspiel. Aber so Lovelock, kein kompetenter Computermodeller, würde je ein Computerspiel schlecht machen. Und so kommt es. Als eines Tages in Kombi Mill ein begrabter Programmierer auftaucht, von der Firma Maxis, der eben ein Spiel namens SimCity programmiert hatte. Er fragte mich, ob ich daran mitarbeiten würde, ein Spiel über die Erde zu produzieren, genannt SimEarth, das einige Versionen von Daisy World mit einschließen würde. Und als sogar noch Geld kommt von Maxis, stimmt Lablock begeistert zu. Und an dieser Stelle übergebe ich an Berufnere. Niklas Schrappe wird demnächst im Zusammenhang von SimEarth und Daisy World ausführlich darstellen, sicher irgendwo, mal in einer ersten Version, auf alle Fälle im Rahmen unseres Gaia-Seminars am 17. Dezember im Max. Sie sind, glaube ich, alle herzlich dazu eingeladen. Lassen Sie mich aber, um zum Schluss zu kommen, noch auf einen zweiten Punkt kurz eingehen, der mich am evolutionären, erdgeschichtlichen und epistemologischen Erwachen von Lablocks Gaia interessiert. Ich glaube, Gaia stellt eine post-darwinistische oder prä-darwinistische Frage. Wo Darwin The Origin of Species, also die Ausdifferenzierung von Arten, dachte, da landet man mit Gaia bei der Ausdifferenzierung von Medien oder auch von Sphären, dem, ich glaube, nicht mehr Slaughter-Dyechsen-Sinn. Die Ontologie dieser Sphären oder Medien läuft über das Zusammentreffen von Arten. Man könnte es je wirklich nicht biologische Arten geben. Sie läuft also durch Lebewesen und durch alle Reiche hindurch. Durch Tiere, Pflanzen, Pilze, Protozoa und Bakterien. Wenn also in Lablocks Konstruktion Gaia in dem Moment erscheint, in dem die Cyanobakterien zuerst Sauerstoff in die Luft entlassen, bis dieser Sauerstoff sich schließlich durchsetzt, also jene totale, heftigste Krise auslöst, in der die Lebewesen des Achereikums allesamt verbrennen, das wäre auch der Fall, wenn wir etwa statt der 21% Sauerstoff 25% Sauerstoff in der Atmosphäre hätten, sogar tropische Wälder würden verbrennen. Eine Krise also, die dank der anaeroben Methanbakterien zuerst reguliert wird und dann zu jener kolossalen Intensivierung aller Stoffwechselprozesse führt, die wir atmenden Wesen Atmung nennen. Wenn das so ist, dann findet hier ein Ausdifferenzierungsprozess zweier oder dreier Sphären statt. Denn die Stoffwechselprozesse in Medien ohne Sauerstoff, die anaerobe Welt des Achereikums, also etwa der Methanobakterien, verschwindet nicht. Sie differenziert sich nur zu bestimmten Sphären aus. Also bleibt im Sumpf, im Boden und etwa im Pansen der Wiederkäuer. Soil, Sludge, Rumen als mikrobiologische Sphären. Also die Sphäre der Gärung oder des Gärens mit ihren speziellen Ökologien, die ja auch gegorene Getränke machen. Mit ihren jeweils speziellen Wissenschaften und Wissensformen. Und von daher schließlich in ihrer Begegnung mit Technologie. Lavaloc spricht die Atmosphäre des Achereikums nämlich einmal in technologischen Termen an. Sie sei genau wie die Luft über einen Biogasreaktor gewesen. Also einen Faulturm jener immer größer werdenden industriellen Anlagen, in denen Biogas und Benzin entstehen, für die langsam alles nur noch mit Maisfeldern zugepflanzt wird. Nun läuft die anaerobe Welt des Achereikums aber, wie gerade angedeutet, auch durch das Zusammentreffen von Methanogenen mit einer bestimmten Art von Vielzellern. Nämlich den Wiederkäuern. Den Pansen der Wiederkäuer. Zu denen ja so viele wirtschaftlich wichtige Säugetiere zählen. Das heißt, in der Ausdifferenzierung geärender und atmender Sphären treffen sich Species von fast allen fünf Reichen. Und auch der digitalisierteste Kuhstall, erlauben Sie mir das zu sagen, und darüber arbeitet ja am MEX, derzeit Ina Bolinski, läuft über den Pansen der Kuh. Dieses mikrobielle Ökosystem ist von einer Komplexität, die so manche Biologen, so behaupten manche Biologen, die Komplexität des Gehirns, geschweige denn, die seiner digitalen Maschinen bei Weitem übertreffe. Als Robert Hungate 1966 eine Microbial Ecology of the Ruminants begründet, eine in der Tat weltwirtschaftsentscheidende Wissenschaft, da surft er eben auf dieser Tendenz Gaias. Durch Consortium, Cross-Feedings, Inter-Species-Relations, Foodwebs von Bakterien und Vielzellern, von Pflanzen und Bakterien, von Bakterien und Protozoa-Medien auszudifferenzieren. Dieser Ansatz, den ich zum Schluss nur noch einmal kurz nenne, When Species Meet, scheint mir gegen den schlicht physiologischen Ansatz und seine kybernetische Fassung auf der Oberfläche von Lavalox-Gaia-Theorie zu stehen. Herzlichen Dank. Applaus Applaus Untertitelung des ZDF, 2020